Der Koran, die Bibel und das islamische Dilemma der Koran bekräftigt also die Inspiration, die Bewahrung und die Autorität von Schriften, die sich selbst widersprechen. Und das ist ein Problem. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben Christen das inspirierte, bewahrte und maßgebliche Wort Gottes, oder wir haben es nicht. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Wenn wir das inspirierte, bewahrte und maßgebliche Wort Gottes haben, ist der Islam falsch, weil der Islam dem widerspricht, was wir haben. Wenn wir nicht über das inspirierte, bewahrte und maßgebliche Wort Gottes verfügen, ist der Islam falsch, weil der Koran die Inspiration, Bewahrung und Autorität unseres Buches bestätigt. Es ist das eine oder das andere. Wenn dies das inspirierte, bewahrte, maßgebliche Wort Gottes ist, ist der Islam falsch, weil der Islam diesem Buch widerspricht. Das ist also eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass wir nicht über das inspirierte, bewahrte und maßgebliche Wort Gottes verfügen. Wenn also das Evangelium das Wort Gottes ist, ist der Islam falsch. Wenn das Evangelium nicht das Wort Gottes ist, ist der Islam falsch. In jedem Fall. Der Islam ist falsch. Muslime müssen die Bibel ablehnen, weil die Bibel dem Koran widerspricht. Aber Muslime haben hier ein Problem. Der Koran erklärt, dass die Tora und das Evangelium von Allah offenbart wurden. Surah 3, Verse 3 bis 4 Er hat ihnen das Buch mit der Wahrheit offenbart und bestätigt, was davor liegt. Und er hat die Tora und das Evangelium vor Zeiten offenbart. Eins in der Natur oder im Wesen, aber drei in Person, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Sohn trat als Jesus von Nazareth in die Schöpfung ein. Jesus starb am Kreuz für seine Sünden und ist von den Toten auferstanden. Der Koran bestreitet dies alles. Daher kann ein Muslim nicht sagen, dass er an die Bibel glaubt oder dass Allah und der Gott der Bibel derselbe Gott sind. Muslim weiß, dass laut Islam die Bücher der Juden und Christen angeblich von Allah inspiriert wurden. Deshalb sagen sie korrupt und sagen nicht nur, dass sie nie das Wort Gottes waren oder so etwas in der Artikel. Trotz Allahs klarer Erklärung, dass niemand seine Worte ändern kann, behaupten viele Muslime, dass das Evangelium durch den Apostel Paulus oder spätere Christen verfälscht wurde. Oh nein, der Apostel Paulus hat mich überwältigt. Das klingt irgendwie schwach. Unsere muslimischen Freunde erzählen uns, dass Allah die Tora und das Evangelium nicht schützen konnte und dass beide Offenbarungen von Menschen verfälscht wurden. Was Allah sandte, um die Menschen zu leiten, führte letztendlich dazu, dass die Menschen in die Irre geführt wurden, indem er Christen davon überzeugte, dass Gott eine Dreieinigkeit sei und dass Jesus für seine Sünden am Kreuz gestorben sei. Natürlich sollten wir verwirrt sein, wenn Muslime uns sagen, dass die Tora und das Evangelium geändert wurden, denn im Koran heißt es, dass niemand Allahs Worte ändern kann. Sura 18, Vers 27 Und rezitiere, was dir aus dem Buch deines Herrn offenbart wurde. Es gibt niemanden, der seine Worte ändern kann, und außer ihm wirst du keine Zuflucht finden. Und wieder könnten sie bis zu zehn muslimische Freunde treffen. Zehn, zehn von zehn ihrer muslimischen Freunde haben das noch nie zuvor gelesen. Sie wissen nicht, dass es hier ist. Gleiches Kapitel, Sure 5, Vers 68 Sagt, ihr Leute des Buches, ihr habt keinen Grund, auf dem ihr stehen könnt, wenn ihr nicht an der Tora, dem Evangelium und allen Offenbarungen festhaltet, die euch von eurem Herrn zuteil geworden sind. Es ist sehr, sehr seltsam, das zu sagen, wenn er glaubt, die Tora und das Evangelium seien verfälscht. Dieser Vers bedeutet nur, dass niemand den Koran ändern kann. Aber der Vers sagt nicht, dass niemand den Koran ändern kann. Es heißt, dass niemand Allahs Worte ändern kann. Und die Tora und das Evangelium sind laut Koran Allahs Worte. Wenn das Evangelium verfälscht ist, können wir uns nur fragen, warum der Koran sagt, dass Christen zur Zeit Mohammeds noch das Evangelium hatten. Viele Muslime sagen etwas ganz anderes als Christen. Sie sagen, wir glauben nicht an ihr Buch, weil es korrumpiert ist und ihr Gott ein falscher Gott ist. Wenn Muslimen geboten wird, zu sagen, dass sie an das glauben, was uns offenbart wurde, warum sagen sie dann stattdessen, dass sie nicht an die Bibel glauben, die einzige Offenbarung, die wir haben? Und wenn ihnen befohlen wird, zu sagen, dass unser Gott und ihr Gott eins sind, warum sagen sie dann stattdessen, dass unser Gott ein falscher Gott ist? Der Koran fordert Muslime auf, den Christen zu sagen, wir glauben an das, was uns offenbart wurde, und an das, was euch offenbart wurde. Unser Gott und dein Gott sind eins, und ihm unterwerfen wir uns. Der Koran behauptet eindeutig, dass das Evangelium für Christen maßgeblich ist, und dies macht nur dann Sinn, wenn der Autor des Korans glaubte, dass Christen das Wort Gottes haben. Aber das Evangelium war nicht nur für Christen maßgeblich. Es war auch für Mohammed selbst und damit für die Muslime maßgeblich. Eines Tages begann Mohammed an seinen Offenbarungen zu zweifeln. Als Antwort auf diese Zweifel befahl Allah Mohammed, um Bestätigung zu den Menschen des Buches, Juden und Christen, zu erhalten. Gemäß dieser Übersetzung bestätigte er das, was vor ihm liegt, und offenbarte vorab die Tora und das Evangelium, eine Führung für die Menschheit. Beachten Sie, dass auch dort die Tora und das Evangelium als Orientierungshilfe für die Menschheit offenbart wurden. Okay. Hat der Apostel Paulus sie verdorben? Heutzutage verhalten sich Muslime so, als ob der Koran über die Bibel urteilen würde. Da die Bibel dem Koran widerspricht, gehen Muslime davon aus, dass die Bibel abgelehnt werden muss. Aber im Koran ist es genau das Gegenteil. Die Bibel urteilt über den Koran, und Mohammed selbst konnte seine Offenbarungen nur bestätigen, indem er überprüfte, ob sie mit den Schriften der Leute des Buches übereinstimmen. Da Mohammed weiterhin den Islam predigte, nahm er diese Prüfung offenbar nie sehr ernst. Wenn er sich auf der Suche nach Bestätigung an die Leute des Buches gewandt hätte, wäre er gezwungen gewesen, den Koran abzulehnen, weil der Koran die Muslime in ein unausweichliches Dilemma bringt. Durch die Bestätigung von Schriften, die seinen Kernlehren widersprechen, zerstört sich der Islam selbst. Muslime, die nicht an eine Religion glauben wollen, die sich selbst zerstört, müssen daher eine neue Religion finden. Wenn das Evangelium verfälscht ist, können wir uns nur fragen, warum der Koran sagt, dass Christen zur Zeit Mohammeds noch das Evangelium hatten. Sure 7, Vers 157 Wie konnten Christen finden, dass Mohammed im Evangelium erwähnt wird, obwohl das Evangelium Jahrhunderte zuvor angeblich verfälscht worden war? Sagt Allah, dass Mohammed in unseren verfälschten Schriften erwähnt wird? Aber wir finden Mohammed in unseren Schriften überhaupt nicht erwähnt, außer als Teil einer allgemeinen Warnung vor falschen Propheten, die kommen, um Menschen vom Evangelium abzubringen. Und wenn wir Mohammed in unseren Schriften erwähnt finden würden, woher wissen wir dann, dass dies nicht einer der korrupten Teile ist? Und da unsere Schriften im Widerspruch zum Islam stehen, warum sollte Allah sie dann als Beweis für den Islam heranziehen? Aber Allah geht noch viel weiter. Er befiehlt Christen, nach dem Evangelium zu richten. Ermutigen wir unsere muslimischen Freunde, dem Evangelium zu gehorchen, wie es unsere beiden Religionen gebieten. Wenn das Evangelium das Wort Gottes ist, ist der Islam falsch. Wenn das Evangelium nicht das Wort Gottes ist, ist der Islam falsch. In jedem Fall. Der Islam ist falsch. Das ist ein ziemlich großes Problem.